Jetzt live aus Düsseldorf, Ihre Lokalzeit mit Petra Albrecht. Einen wunderschönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zu Ihrer Lokalzeit. Heute gab es ein Spitzentreffen der Weihnachtsboten vorm Benrather Schloss in Düsseldorf. Frohe Weihnachten! Zwei Weihnachtsmänner, ein Nikolaus, eine Schneeflocke, ein Weihnachtsengel und ein St. Martin kamen zusammen. Normalerweise erfreuen sie Kinder in der Vorweihnachtszeit, doch diesmal sind ja leider viele Veranstaltungen ausgefallen. Deswegen wollten sie sich heute noch mal gemeinsam zeigen und brachten stattdessen die Kinderaugen vorm Benrather Schloss zum Strahlen.